Geld und Gold scheint nicht nur bei Walt Disney's Dagobert Duck und seinen Panzerknackern eine große Rolle zu spielen. Auch bei den heimischen Banken ist Überschuss und fehlendes Geld oftmals ein Grund in den Medien zu erscheinen. Einen Tag vor Heiligabend trafen sich eine Gruppe von Bürgern vor der steiermärkischen Sparkasse in Graz. Was war der Grund für dieses Treffen? Der Auslöser war ein plötzliches Schreiben von einem Rechtsvertreter der steiermärkischen Bank und Sparkassen AG, die uns aufgefordert hat, eine Goldsammlung aus dem ersten Jahrtausend, eine präkolumbianische Goldsammlung aus dem ersten Jahrtausend, die im zweiten Tiefgeschoss hier verwahrt wird seit 20 Jahren und uns die Bank aufgefordert hat, diese Goldsammlung aus dem Safe zu entfernen, nachdem vergangene Woche in einigen Medien Abbildungen der Sammlung inklusive meiner Person verbreitet und veröffentlicht worden sind. Und in dem Zusammenhang haben wir spontan entschieden, die Sammlung sofort abzuholen, um sie sicherzustellen, weil wir aufgrund einiger Informationen über die Steiermärkische Bank und Sparkassen AG erhebliche und begründete Zweifel daran haben, dass es überhaupt noch möglich ist, die Sammlung in den nächsten Wochen oder Monaten sicherstellen zu können. Warum sind Sie eigentlich dabei? Also ich bin deswegen dabei, weil ich habe einen rechtsgültigen Vertrag, ein rechtsgültiges Urteil und ein drittschuldener Exekutionsurteil und die Bank weigert sich, mir das Geld auszuzahlen, weil es ist durch Datenschutz. Wie hoch? Darf ich fragen? Ja, die Summe beträgt drei Millionen Euro. Und das ist Ihr eigenes Geld? Das ist, für dieses Geld habe ich einen Konsulentenvertrag, auch vom Notariell beglaubigt, abgeschlossen und das ist das Geld, für das ich gearbeitet habe, das mir zusteht genau. Wir sind seit Monaten am Recherchieren über bankingleaks.com und sind im Zuge von Recherchen und Zeugeneinvernahmen auf Dinge gestoßen, die, sagen wir mal so, einen Bankenskandal jetzt einmal skizzieren, der noch nicht veröffentlicht ist und wo noch keine Details veröffentlicht worden sind. Aber einen Bankenskandal, der durchaus die Dimension von der Hypo Alpe Adria annehmen kann, auch vom Bawak-Skandal. Und sind also Informationen zugetragen worden, dass in der Vorstandsebene, vor allem durch den Vorsitzenden des Vorstandes, durch den Herrn Dr. Fabisch, so Machenschaften erfolgen, die ähnlich gelagert sind, teilweise vielleicht sogar noch schlimmer, als man es seinerzeit dem Herrn Dr. Elstner, dem Herrn Dr. Helmut Elstner von der Bawak vorgeworfen hat. Da sind wir alles noch genauer im Prüfen. Die Informationslage, die wir bis jetzt haben, ist also sehr, sehr belastend. Und aus unserer Sicht steht er unter dringendem Verdacht, Gelder ins Ausland verschoben zu haben, Gerichte angelogen zu haben, beziehungsweise in seinem Auftrag, dass Gerichte angelogen worden sind, dass Kunden geschädigt werden und Gläubige auch geschädigt werden. Das sage ich ganz offen. Wir haben uns in dem Zusammenhang auch an den Herrn Landeshauptmann gewendet. Wir haben in dem Zusammenhang mit dem Aufsichtsrat telefoniert, haben uns auch schriftlich an ihn gewendet. Wir haben in dem Zusammenhang mit dem Herrn Bundeskanzler korrespondiert. Wir haben also mit allen Stellen, nachdem der Herr Generaldirektor selbst es nicht der Mühe wertgefunden hat, zu reagieren und auf unsere Anfragen einzugehen, haben wir ihm reagiert und haben uns an die oberen Stellen gewendet. Mit dem Ergebnis, dass die Politik, insbesondere die steirische Politik, auch der Aufsichtsrat in der Steiermark von der Steiermarkischen Bank, das war der Dr. Gunther Gries, alle auf Tauchstation gegangen sind. Schauen Sie, der Fall Winkler wurde an mich herangetragen. Ich bin dabei, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu überprüfen, muss aber jetzt schon sagen, was mich sehr verwundert bei einer Drittschuldenexekution, ist der Gläubiger an sich schon verpflichtet, die Hintergründe zu prüfen. Es wundert mich das Verhalten der Bank hier sehr, die ganz einfach sich auf den Standpunkt stellen, sie geben keine Auskunft. Also das ist schon fragwürdig, sage ich jetzt mal. Schauen Sie, das ist ein allgemeines Problem in unserer österreichischen Rechtslage, dass sozusagen der kleine Mann, der von einer großen Institution ein Geld zu bekommen hat, sei es Banken, sei es Versicherungen, die halten sich immer sehr bedeckt, wenn es um Drittschuldenauskünfte geht. Das ist ein echtes Problem, wo meiner Meinung nach auch gesetzlicher Handlungsbedarf bestehen würde. Der Zugang zu den Schließfächern mit der präkolumbianischen Goldsammlung wurde dem Eigentümer gewährt. Wie es aber mit dem Geld der Frau Winkler und deren Rechtslage weiterhin aussieht, wird die Zukunft zeigen. Von der steiermärkischen Sparkasse war an diesem Tag leider niemand erreichbar, um eine Stellung dazu abzugeben. Von der steiermärkische Geräusche